Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ihr habt alle gut die Weihnachtsfeiertage jetzt hinter euch gelassen. Neue Woche, jetzt beginnt ja wirklich wieder die Woche. Wir schauen uns auf jeden Fall heute Bitcoin an, Ethereum, vielleicht noch XRP, weil sie da auch ein bisschen was getan hat. Und natürlich die US-Märkte starten heute auch wieder rein. Also ich erwarte heute ein bisschen mehr Volatilität als die letzten Tage auf jeden Fall. Doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, gerne die Glocke aktivieren, Kommentar unten reinschreiben mit euren Altcoin-München, damit wir die im Laufe der Woche immer ein bisschen besprechen können und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, 16.860 US-Dollar. Weiterhin wenig Bewegung. Wir sind weiterhin in unserer großen Range, die wir am Wochenende schon eingezeichnet haben, dass wir in dieser Range uns wahrscheinlich die nächsten Tage bewegen sollten. Was mir noch wichtig ist, bei manchen wurde anscheinend der Trade, also der Short-Trade, den wir bei 16.970 US-Dollar aufgemacht haben, getriggert. Also das heißt, er wurde in den Stop-Loss ausgelöst. Meiner läuft momentan noch. Ich würde ihn auch noch offen lassen. Wie gesagt, wenn Stop-Loss-Entry ist, entweder wurde jetzt ausgestoppt oder nicht. Aber das schon mal so in der kleinen Runde, sage ich jetzt einfach mal, wurde bei manchen ausgestoppt, was ich mitbekommen habe. Keine Sorge, ich bin schon überlegen, neuen Short-Entry reinzumachen. Aber wie gesagt, dafür ist es momentan noch ein bisschen zu früh, denn wie gesagt, wir sind weiterhin in der Range. Wir gucken ganz kurz auf unseren Traders-Reality-Indikator, wie es da aussieht. Wir haben unser Breakout bekommen. Wir haben unser Breakout aus unserer Psy-Range bekommen mit einer impulsiven 1-Stunden-Candle sogar, also einer Vector-Candle auf einen 1-Stunden-Chart, haben aber jetzt ein beschissenes Daily Open. Also wir müssen über die 16.900 US-Dollar rüberkommen. Da liegt unser Daily Open. Wenn wir es darüber schaffen, sieht es meines Erachtens gut aus, dass wir auf jeden Fall die Reisen nach oben hin fortsetzen können. Ich bin weiterhin eher davon überzeugt, dass es nochmal deutlich nach oben gehen kann. Warum? Wir hatten gestern schon bei Quant einen schönen Pump gehabt. Wir haben bei Litecoin einen schönen Pump gehabt. Und Litecoin zieht immer mal ein bisschen weiter vor. Wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, deswegen könnte Bitcoin danach züngeln. Des Weiteren, wir sind noch einen 1-Stunden-Chart unterwegs. 200er SMA hält hier sehr, sehr gut als Support. Wir haben jetzt die Psy-Range gebrochen. Wichtig, es ist jetzt einfach wichtig, dass wir hier diese 16.900 bis 17.000 US-Dollar auf jeden Fall durchbrechen. Schaffen wir das, dann ist auf jeden Fall der Weg frei in Richtung 17.300, wenn nicht sogar 17.600 US-Dollar. Darüber sprechen wir ja schon die letzten Tage immer wieder, dass es eigentlich so dieses Level ist, wo wir auf jeden Fall hin sollten. Da ist auch, wie gesagt, in der Telegram-Gruppe noch ein kleines Short-Setup drin. Daran hat sich nichts geändert. Short-Entry müssten, glaube ich, 17.590 oder so oder 17.500, irgendwie sowas in der Region, müsste ich so ein kleines Short-Setup reingemacht haben. Hat einfach weiterhin den Aspekt, wir haben da oben das Golden Pocket, wir haben eine Ineffizienz hier oben. Und für mich ist das erste Mal Endstation. Warum? Weil wir hier unten schon sehr, sehr lange eben in dieser Seitwärtsphase sind. Wir gucken mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, auf was ich hinaus will. Wir sind in dieser Seitwärts-Akkumulationsphase, hier kommt kein Volumen rein. Das heißt, alles, was jetzt für mich nach oben hingeht in Richtung 17.600 US-Dollar, ist dann für mich nur ein weiteres korrektives Hoch. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt in dieser Woche, vor allem, wir sind jetzt hier schon nahe an unserem All-Time-High-Widerstand von unserem Falling Wedge bei 17.600 US-Dollar. Ich glaube nicht, dass wir jetzt dieses Breakout hier zwischen Weihnachten und Silvester oder generell ganz früh im neuen Jahr schon erreichen werden. Ich gehe eher weiterhin davon aus, dass wir nochmal einen Rücksetzer kriegen. Deswegen jetzt wieder ganz kurz in die kleineren Time-Frames, damit ihr wisst, was ich meine. Also ich gehe von einem korrektiven Hoch weiterhin nochmal aus, um die ganzen Ineffizienzen da oben rauszunehmen, um das Golden Pocket rauszunehmen, um die ganzen Supply-Zonen hier oben nochmal rauszunehmen. Das heißt, die ganzen Short-Orders, die hier oben eröffnet wurden, einfach rauszutriggern, um dann, sage ich mal, die Reise deutlich weiter nach unten, mindestens bis 15.900 US-Dollar weiterhin fortzusetzen. An dieser Richtung hat sich nichts geändert, darüber haben wir schon die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Aber gut, wir schauen uns mal, was diese Woche passiert. Nur mal ganz kurzer Blick so auf News-Lage. Heute sehr, sehr wenig Hauspreis-Immobilien-Index. Also wenig News heute. Deswegen habe ich auch keinen Wochenausblick gemacht, weil einfach von der Marktlage her nicht wirklich irgendwas ansteht. Gut, soviel zu Bitcoin. Wie gesagt, das ist jetzt momentan erstmal unser Ding. Unser Long läuft auf jeden Fall noch. Das ist wichtig bei 16.600 US-Dollar. Da hat sich nichts getan. Short, wie gesagt, bei manchen noch nicht oder wurde bei manchen schon wieder in den Stop-Loss. Bei mir läuft er noch. Schauen wir uns alles mal noch ein bisschen genauer an. Ansonsten, Blick rüber zu Ethereum. Auch hier wenig Veränderungen. Wir haben es leider noch nicht geschafft, hier oben die 1.237 US-Dollar-Marke zu knacken. Wir hatten nochmal so einen kleinen Wig in die 1.230er-Region. Jetzt momentan 1.222. Ich traue immer noch unseren beiden Longs nach, die ich leider nicht in die Gruppe gepostet habe. Es tut mir immer noch leid. Aber wie gesagt, wir haben ja noch zwei Orders offen. Beziehungsweise ich habe eine offen. Bei manchen wurde die zweite Order auch getriggert unten im Golden Pocket. Also nicht drüber weinen, sage ich jetzt einfach mal. Wir warten jetzt einfach mal ab. Trotzdem Short-Order bin ich weiterhin am überlegen, ob wir hier oben schon den ersten Entry machen bei 1.255. Kurz vor der Ineffizienz. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier oben ist so ein kleiner Umverteilungsbereich. Sollten wir jetzt auch diesen Push kriegen, den ich bei Bitcoin auch erwarte, dass wir so in die Region 17.600 US-Dollar gehen, kann ich mir hier oben einerseits die Ineffizienz zu füllen vorstellen, andererseits maximal bis zum Golden Pocket. Das wäre dann auch so unser Stop-Loss. Wir haben nämlich gleichzeitig hier oben, wenn wir in den 1-Stunden-Charts sind, noch so eine kleine Supply-Zone. Die kommt auch noch dazu in den Bereich der 1.291. Also darüber muss auf jeden Fall der Stop-Loss sein, beziehungsweise haben wir hier auch noch so eine Mini-Mini-Mini-Ineffizienz. Also da müssen wir wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Ich tendiere momentan, ganz ehrlich dazu, Entry 1.255 in die Region, einfach um die erste Ineffizienz zu kappen. Vom RSI her würde es nämlich ganz gut passen, weil der hier auch schon ziemlich weit oben ist. Ansonsten nochmal einen zweiten Entry. Das heißt, wir minimieren das Risiko hier oben nochmal am Golden Pocket mit einem Stop-Loss bei 1.301. Und dann spätestens sage ich mal, dass wir hier auf jeden Fall die Kehrtwende nochmal nach unten hin machen. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal kurzfristig der Plan. Ich gehe jetzt erstmal von steigenden Kursen, zumindest am heutigen Tag, vielleicht noch morgen aus. Müssen wir mal gucken, wie die Psy-Range ausspielt, weil normalerweise ist es immer so Dienstag so ein Turnaround-Day. Und dadurch, dass wir jetzt Seitwärtsfaser hatten und sowieso keinen richtigen Turnaround kriegen, erstmal Dienstag, Mittwoch vielleicht nochmal steigende Kursen und dann wieder so Richtung Wochenende wieder in eine langweilige Seitwärtsphase beziehungsweise nach unten. Gut, soviel zu Ethereum. Dann noch ganz kurz der Blick zu XRP. Wer das Video am Sonntag war, glaube ich, genau am Sonntag haben wir über XRP gesprochen. Wir haben die Ineffizienz nach unten hin, beziehungsweise das Void oder den Vektor, wo wir ja drüber gesprochen haben. Hier genau bei 0.3440 wurde gefüllt, Order wurde ausgelöst, also müsste bei sehr, sehr vielen ausgelöst worden sein. Vom Verlauf perfekt eingetroffen. Ineffizienz, dann der Pump nach oben bis ins 0.382, also 35.70. Hier ein bisschen Struggle gehabt, nochmal dieser Retest eben von diesem ehemaligen High, was wir hier hatten. Und dann ging die Reise nach oben hin weiter. Und jetzt ist meines Erachtens nach das Ziel, wir sind hier fast an die Ineffizienz hier oben rangekommen, bis ans Golden Pocket. Ziel ist meines Erachtens das Golden Pocket. Darüber haben wir auch im XRP-Video drüber gesprochen, darüber haben wir jetzt am Sonntag drüber gesprochen. Ich bin noch im Keimshort drin, ich warte noch, dass wir uns das Volumen hier drüber holen. Ihr seht hier unten das Volumen-Cluster, wo wir im 1-Stunden-Chart gebildet haben. Wir haben ein höheres Hoch mit sehr, sehr viel Volumen und danach eben die Hochs waren ein bisschen geringer. Das heißt, wir haben das Volumen, was eben in diesen Candles drin steckt, noch nicht abgeholt. Das heißt, wir müssen meines Erachtens nach auf jeden Fall hier dieses Hoch nochmal abgreifen. Und da würde eben dieser Weg ganz gut passen, dass wir nochmal ein Higher High kriegen bis ins Golden Pocket. Und dann zumindest hier diese Gegenkorrektur, wenn nicht sogar bis wieder runter 35 US-Dollar-Cent kriegen. Also auch da werde ich mir auf jeden Fall noch ein kleines Short-Setup überlegen. Muss ich mal gucken, wie ich das in den nächsten Stunden noch mache. Ob wir da überhaupt noch in den nächsten Stunden hinkommen. Aber ansonsten vom Risk-Verhältnis her schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Sollten wir hier oben am Golden Pocket reingehen, wäre es ein Risk. Meines Erachtens erst nochmal von 0,7%. Gehen wir das ein bisschen sinnvoller an, weil wir hier oben ja eben noch so eine kleine Supply-Zone. Einerseits ein Stunden, vier Stunden Supply-Zone haben über dem Golden Pocket. Müssen wir mit einem Risk von ungefähr 2% rechnen. Ist meines Erachtens nach aber weiterhin übelst in Ordnung. Also wenn ihr den Trade auch nicht verpassen wollt, gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Dann war es das, was Charts anbelangt. Wir gucken noch ganz kurz die News an. Stable Coins ab 2023 in Japan. Verbot wurde aufgehoben. Ja, schauen wir mal. Also ich, ganz ehrlich, würde mich mal interessieren, was nutzt ihr momentan an Stable Coins? Ich nutze eigentlich nur noch USDC, weil mir das Risiko bei USDT einfach zu groß ist. Klar, wenn USDT zusammenbricht, dann ist es so. Aber USDC ist für mich ein bisschen sinnvoller. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Später kommt noch Cardano und ich glaube noch irgendwas. Muss ich mal noch gucken, welches noch hochgeladen wird. Aber wir hören uns auf jeden Fall später nochmal. Bis dahin. Gerne Like da lassen, abonnieren, Kommentar unten reinlassen und in die Gruppen kommen. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto.